Aber er fühlt's schon, ne? Er hat einen Smile auf dem Gesicht, also ich wette, er war aber auch das ein oder andere Mal im Pott. Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Wie wir hier im Start mit einem neuen Video zu einem neuen CSGO-Skin-Beitrag. Und ihr wisst, da stellen sich meine Lauscher direkt auf, die wurde angetweetet und zwar vom guten Tarek Basler. Wenn du lachen willst, kannst du das mal durchlesen, erinnert mich an den Red Bull-Beitrag. Oh, Alter, ich muss sagen, da ist meine Messlatte ganz weit oben. Die Kommentare sind auch nice. Handelt es sich um einen Schweizer Beitrag? Ich hab da noch nicht genau reingeguckt, aber ich bin mal gespannt. Ich will mich nur nicht mit Schweizern anlegen, ich hab sehr viele Schweizer Kollegen und Jungs, wir wissen alle, Schweizer haben sehr viel Geld und einen geringen Steuersatz. Und die wissen auch, wo mein Twitch-Link ist und auch der Donation-Button. Deswegen, Jungs, wir halten uns zurück. Aber an den Red Bull-Beitrag, also ob man da rankommt, das ist schwierig. Platz 6, Nova Cage Steel. Ja, über 5000 Euro. So, wir gucken uns erstmal das Thumping an. Dies virtuelle Messer kostet 1750 Franken. Es müssten umgerechnet so um die 1500 Euro sein, irgendwie so in dem Dreh. Könnt ihr mich auch gerne korrigieren, aber ich glaube, das ist ungefähr so der Wert. Und wir sehen auf dem Thumbnail ein Skeleton-Knife von den neuen Collections, von den neuen Knives. Und da muss man mal dazu sagen, das sind mit die teuersten Knives überhaupt. Also Skeleton-Knives sehr, sehr teuer, aber das Witzige, was wir hier ran sehen, ist ein Knife, was noch gar nicht geunboxed wurde. Case-Hardened Blue Gem müsste Raute 1 sein. Und ja, das ist genau das hier im Pattern-Index 403. Ja, das passt genau, wenn man hier mal auf das kleine Bläschen da praktisch achtet. Und das sieht mir nach FN aus. Das kann man über Server-Sided, über ein Script, kann man die Pattern-Indexes eintragen. Und dann hat man das Ganze und die Pandoras-Box hier auch in FN, die mittlerweile auch schon fünfstellige Beträge angenommen haben. Und das dürfte auch im fünfstelligen Betrag sein, wenn du das FN Raute 1 unboxen würdest. Also von daher, 1750 Franken ist leider falsch. Ja, dieses virtuelle Messer kostet keine 1750 Franken, sondern würde dementsprechend irgendwie 11.000 Franken kosten, wenn das mal einer überhaupt unboxen würde. Also das gibt es schon mal nicht. Aber das macht ja auch nichts. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Das Thumbnail ist auf jeden Fall schon mal irreführend. Das ist so falsch, denn das normale FN, wir gucken mal, 6666 Yuan sind umgerechnet 859 Euro. Also entweder wurde hier zu viel oder zu wenig bemessen. Aber wenn es um das Pattern geht, ja, da bist du leider drunter. Aber ich sage mal so, falls es einen Schweizer da draußen gibt, der das unboxt, für den Preis, ich kaufe es dir ab, mate. Ja, also kein Problem. So, ich würde sagen, wir gucken mal rein. So, das ist die Newspage, 20min.ch. Artikel werde ich euch natürlich auch unten in der Beschreibung verlinken. Vom 3. März 2020. Also wir sind brandaktuell. Der Artikel wurde vor vier Stunden released. Ich reagiere jetzt ganz frisch drauf. Vielleicht seht ihr das Video einen Tag später oder je nachdem, wann ihr guckt. Dieses virtuelle Messer kostet 1750 Franken. Ja, da haben wir schon gerade drauf reacted. Also das stimmt schon mal nicht. Was, Mesut Özil verpflichtet? Fortnite-Weltmeister? Alter, okay, egal, da bin ich raus. Von Mark Gerber. Ein rotes Maschinengewehr. Ich bin gerade überlegen, rotes Maschinengewehr. Gut, eine Haul wäre rot. Ansonsten gibt es noch irgendwas, was richtig schön rot ist bei AKs. Vielleicht nur die Bloodsport. Ja, Handschuhe und ein buntes Messer. Bunt. Fade. Marble Fade. Ja. Preis 3000 Franken in Counter-Strike. Wird legal Waffenschieberei betrieben. Ja. Wir haben immer wieder das Problem bei den meisten Artikeln, aber gut, man kann natürlich nicht so in die Materie gehen, aber dass die Leute halt immer vergessen, dass es halt verschiedene Conditions gibt von den Waffen und halt verschiedene Pattern-Indexes, ja, was halt ganz ausschlaggeblich ist für diese ganzen High-Value-Items, ja, damit du überhaupt auf diesen Preis kommst. Ähm, aber ich sag mal so, eine Haul, schlechte Float, schlechte Handschuhe und ein Standard Marble Fade oder so, da kommst du tatsächlich sogar mit dem Preis hin. So, CSGO-Experte Michael Biri, 29, hat mehrere hundert Franken in virtuelle Gegenstände investiert, weil er erklärt, wieso. Okay, ich würde sagen, ach, das ist ja okay im Video, Alter. Jungs, da müssen wir aber hier in die Reaction-Pose gehen. Auch mit meiner Braid. Die Leute vom Kek-W-Channel wissen Bescheid. Übrigens, sagen wir mal Shoutouts, Jungs, wir haben jetzt einen Reaktionskanal, den leitet Leo Boss. Ich halte davon ja nicht viel, aber wir machen einfach mal im Moment so ein kleines soziales Experiment, wie viral der Channel gehen kann. Ich verlinke den euch mal, zweiter Link in der Beschreibung. Das sind im Prinzip so Videos, die ihr jetzt gerade hier seht, wo ich auf bestimmte Sachen im Stream reagiere. Und ja, da könnt ihr gerne mal ein Abo dalassen. Zweiter Link in der Beschreibung, würde uns freuen. Shoutouts gehen raus und wir starten mal. Okay. CSGO-Skins sind ein Millionengeschäft. Das stimmt, ja. Wenn es reicht. Oh, da wurde ein Knife unboxed. Oh, Classic Knife. Sogar Vanilla, Alter. Aber ich sehe hier gerade keine Quellenangabe zu dem, äh, keine Quellenangabe zu dem Video. Das haben die doch bestimmt irgendwo her, oder? Das haben die ja bestimmt nicht in der Redaktion unboxed, oder? So, wir gucken uns das mal ein Vollbild an, Jungs. Weiter geht's. Ah, das ist der gute Herr. Okay. Michael Biri ist Gamer, Sammler und arbeitet bei einer E-Sport-Agentur. Hat er was mit Trader zu tun, vielleicht, wenn er aus der Schweiz ist? Hm. Blains? Man weiss noch nicht. Was ist die Faszination an Skins? Ich glaube, das ist allgemein so ein bisschen der Wandel vor Zeit. Okay. Okay. Äh, es... Also, okay, da muss ich mich jetzt anstrengen. Also, Schweizerditsch, äh... Da tue ich mir wahrscheinlich ein bisschen schwer, als, äh, ja. Okay, also... Allgemein so ein bisschen der Wandel vor Zeit im Gaming-Bereich mit den ganzen Skins. Wir wollen customisern, wir wollen seine Waffen customisern, sein Messer... Ich muss sagen, die Musik ist etwas zu laut für den Beitrag. Sie wollen seine Waffen customisern... Okay, wir wollen customisern, das hab ich schon mal rausgehört. Okay, ich glaube, das ist der Wandel der Zeit im Gaming-Bereich. Ja, also, Skins haben ja einen sehr hohen Faktor im Gaming-Bereich. Also, mittlerweile, ich glaub, das ist ja fast gar nicht mehr wegzudenken, oder? Es gibt ja fast gar nichts mehr. Also, egal, ob das Lootboxen sind oder Pack-Openings oder Case-Openings oder so, das hast du sehr viel. Äh, Micro-Transactions und halt auch das ganze Skin-Game. Das Krasse ist halt nur bei CSGO, dass du die Sachen halt auch für Echtgeld verkaufen kannst und traden kannst und so. Das hast du ja zum Beispiel bei League of Legends oder so nicht. Das ist ja gelockt auf deinem Account. Da kannst du ja nicht hin und her sharen für Kohle oder auch bei Fortnite zum Beispiel. Aber das macht halt einen Riesenfaktor aus und damit finanzieren sich halt die Games. Die sind halt heutzutage viel free to play. CSGO mittlerweile ja auch. Und ja, es ist so. Ich glaube, es geht dort mehr darum, dass die Leute mit der Zeit, ist es dann, glaube ich, langweilig geworden. Okay, irgendwas, dass es nicht langweilig wird und so. Ja, true. Man braucht halt immer ein bisschen Abwechslung. Es gibt zwar auch Leute, die halten nicht so viel von Skins oder spielen keine Skins, aber ich glaube so, die meisten oder so, die ich kenne, die fahren schon auf Skins ab. Mal mehr, mal weniger. Mittlerweile ist das halt wieder krass im Hype. Vor allem seit der asiatische Markt dazugekommen ist, die Skinpreise sind auch sehr krass gestiegen und so. Wir haben im Moment eine sehr, sehr krasse CSGO-Playerbase. Wir haben den übelsten Peak. Auch wenn die Leute immer noch sagen, CSGO ist dead, ist logischerweise im Moment nicht so, wenn man sich auch mal die ganze Economy anguckt, gerade bei den Skins und so weiter. Ja, bin ich mal gespannt, wo das Ganze noch hingeht. Mit der Zeit wurde es den Leuten langweilig, immer das gleiche Messer anzuschauen. Ja, gut, ich sag mal so, wenn man es nicht kennt, misst man es auch nicht früher. Ich meine, ich habe Counter-Strike Source gespielt, eine sehr lange Zeit. Da gab es halt auch nur einen Knife oder früher einen 1.6. Und die Waffen hatten alle ihre Standardskins, so wie sie dann halt in der Realität aussehen, uncustomized. Und ja, da hat man eigentlich ja nichts vermisst, aber so, wenn es das gibt, logischerweise, ja. Gleiche graue Glocke zu sehen. Oh, Glocke, ja. Ich meine von Rot über Pink über Violett. Rot, Candy Apple? Was hat er noch gesagt? Blau? Okay, blaue Skins gibt es ja viele. Pinke, Water Elemental ist nicht wirklich pink. Das ist ein pinker Glocke Skin. Kann man sich eigentlich quasi seine eigenen Waffen-Set zusammenbauen. Und auf der anderen Seite sicher auch, ähm, auch das Gambling. Ich meine, der Gamer ist schon von Haus. Ich bin's, der Gambling-Gott. Jungs, ja, Gambling? Ja, die, äh, der hat aber recht, ja. Die, ähm, Gamer sind sehr, äh, Gambling-affin, ne. Also, ich sag mal so, es gibt immer wieder Leute, die in, äh, Gambling reinflimmen und so, aber machen dann trotzdem beim Gamer die Cases auf. Und bei Gamer die Cases, ihr wisst die Odds, ne. Nive zu ziehen 0,25%. Also, in Average jeder viernetzte Case. Und dann hast du vielleicht Pech und ziehst auch noch Scheiße. Äh, nicht so geil. Redskins liegen bei 1%. Ja, es ist, äh, ja, Gambling-addicted ist da. Aber da gibt's bessere Alternativen. Externe Seiten. Äh, Dettyskins 7%-Deposit-Bonus. Dritter Link. Und das ganze Skin-System mit den Loot-Boxen. Ich meine, du kennst das ja selber, oder? Drück auf meine Box, tu den Schlüssel rein, dann sehe ich, wie es von links nach rechts dreht. Der ist mir aber sympathisch, der Typ, oder? Muss man sagen. Also, bisher höre ich dann nur, äh, gute Sachen, ja. Und bitte, 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 oder? Ja, ja. Und, äh, ich glaube, das ist so eine ganze Faszination dahinter. Oh, was wird hier anboxt, Jungs? Äh, warum zahlen wir tausende Franken für ein virtuelles Messer? Oh, ne Red Rod aus der Shattered Web. Aber, ja, steigen. Vielleicht quasi im Internet können. Äh, die braucht man, damit man angeben kann. Hey, schau mal, mein Marble-Fade-Messer. Ja, gut, für den Flex war's halt auch schon immer, aber natürlich so fürs, äh, fürs eigene, äh, Ding so. Ist das eine schöne Sache. Ich zum Beispiel, ich collecte ja nicht für den Flex, sondern einfach nur, weil ich es einfach, äh, mag, Dinge zu sammeln, ne. Habe ich auch schon mal erklärt, so früher, äh, ich glaube, jeder von uns hat irgendwann mal Pokémon-Karten gesammelt, Basketball-Karten, äh, Fussball-Karten oder auch mal, äh, irgendwie Sticker für Sticker-Album oder so. Das liegt in der Natur des Menschen so ein bisschen, so die Sammelleidenschaft und so. Und da geht's jetzt auch nicht nur ausschliesslich um irgendwie Flex oder so, ne? Aber wahrscheinlich auch ein bisschen, klar. Aber wahrscheinlich auch ein bisschen, klar. Ja, ja, so. Ich sehe, wie man, dass ich schon runtergemessert oder wie... Uh, Nomad-Knife, Digga. Fade, aber kein Full-Fade, ja. Ähm, mhm. Wie man, dass ich schon im virtuellen Kampf habe besiegt, äh, ja, das ist ganz klar ein Prestige-Objekt, aber sei es ein Marble-Fade-Messer oder die... Marble-Fade-Messer. Die, äh, die berühmte ARP-Dragon-Lore, die berühmte... Wie bei 4.500 Franken startet. Oh, eine FN. Hm. Äh, die startet bei, äh, 4.500 Schweizer Franken und geht bis in den fünfstelligen Bereich. Äh, das ist aber ein bisschen overpriced. Äh, äh, kriegst du auch schon günstiger, mein Jung. Ähm, bis in den fünfstelligen Bereich. Ja gut, das sind dann aber Souvenir-Dragon-Lores. Oder, oder ist es halt eine FN mit einer, äh, Triple Zero-Digit oder so, ja? Ich muss sagen, bisher der Beitrag ist noch nicht so verkehrt, ne? Ist noch nicht so verkehrt, ja. Ja, das ist ein Prestige-Objekt. Oh, 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 ich bin's, der Gambling-Gott. Was hältst du von CSGO-Gambling-Seiten? Oh, das ist noch CSGO-Lotto? Die gibt's ja schon gar nicht mehr. War das nicht dieses, äh, Ding mit T-Martin und so? Äh, was den gehört hat? Ah, mich schlägt, ja. Also ich bin im Moment echt sehr viel auf Deadly-Skins unterwegs, ist im Moment ja auch ein Partner für mich on-stream und, äh, auch für die Videos. Ja, richtig geil. Cold Biver, sieben Prozent Deposit-Bonus, Jungs. Äh, dritte Link in der Beschreibung. Äh, ich bin nie der Typ, der, äh, Skins ist verwetten. Es gibt die Möglichkeit, anstatt das, dass ich durch... Äh, also er hat noch nie verwettet. Statt mit Geld zu wetten, wettet man, äh, auf diesen Seiten mit Skins. Ja, äh, wobei Skineinzahlungen gibt's ja jetzt auch nicht mehr unbedingt. Schon manchmal, aber nicht überall. Geld wetten oder virtuell. Meistens zahlst du ja mit Echtgeld ein und kannst dir dann mittlerweile, ja, Skins halt, äh, auscashen. Ja, die Coins setze in meine Skins in einen Pot rein und spiele nachher um die. Oder was ich auch gerne hätte, die ganzen, sag ich jetzt mal, Jackpot-Seiten, wo ich, ja... Ja, Jack... Das Problem ist halt, äh, warte mal, der... Ich frag mich, haben die den jetzt, äh, frisch interviewt, weil Jackpot-Seiten, äh, das ist ja weit zurück. Das gibt's ja schon lange nicht mehr, ne? Es gibt, äh, natürlich Jackpot-Seiten, da kannst du mit, äh, Coins wetten und so, aber dass du halt die Skins reinwirfst und dann wieder rauscashst, so wie es früher war, funktioniert mit dem Trade-Lock ja gar nicht, ja? Du hast dann, äh, praktisch virtuelle Items auf der Seite, die du einspeisen kannst, aber ich find, das ist das Feeling nicht, ne? Nee, das ist, äh, das Feeling nicht unbedingt. Da find ich im Moment so die Case-Battles und so ein Kram viel geiler, auf denen die Skins in einen Pott geworfen werden, ja? Ja, das kennt eh noch jeder, ne? Ich muss halt sagen, ich versteh halt nicht alles, was er sagt, ne? Es fällt mir sehr schwer als Deutscher. Ich glaub, die Schweizer unter euch so, die denken wahrscheinlich, ich bin komplett retarded, dass ich da nix raushören kann. Also, ein bisschen was, aber, äh, ja. Aber er fühlt's schon, ne? Der hat einen Smile auf dem Gesicht, also, ich, ich wette, er war aber auch das ein oder andere Mal im Pott, ey, äh. Ich kann anfangen, aber ich kenne selber sehr viele Leute, wo, ähm. Äh, ich kenne genug Freunde, die mit dem Skin-Gaming viel Geld verloren haben. Ja, äh, Shoutouts gehen raus an Phil, also Surings, äh, 30k minus, äh, Bruder. Einige hundert Skins verwettet haben, sag jetzt mal. Ja, 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 da kenn ich auch einige, oh. Mir sind Skins am Anfang egal gewesen, mir hat Freude im Spiel gehabt und irgendwann habe ich tatsächlich, äh, mal eine Kiste aufgehauen. Mach eine Kiste auf! Also, er hat die Kiste auf jeden Fall geöffnet, okay? Ziemlich schnell mit viel Glück ein Messerli rausgezogen und mit dem hat es dann eigentlich angefangen, eine pinkige Waffe, er hat das Ganze... Also, er hat auf jeden Fall Cases geöffnet, ja. Ähm, aber wie gesagt, Gabe-Cases, ich halte da nicht viel von. Also, für YouTube, ich mache halt immer, wenn eine neue Case kommt und so, mache ich halt immer eine Aufnahme. Aber das ist halt nicht so das Ding. Ich habe mit viel Glück ein Messer gezogen, das habe ich sogar rausgehört und mit diesem Glückstreffer hat es angefangen. Ja. Ich habe, äh, sehr lange gebraucht, bis ich mein erstes Knife hatte. Mein erstes Knife war ein M9 Scorched FT, ist auch noch hier auf YouTube zu finden, könnt ihr mal gerne nachschauen. Ich habe sogar eine Knife-Compilation gemacht hier auf YouTube. Gebt einfach mal ein Biba-Knife-Compilation, ich glaube, da kommt ihr drauf. Da sind meine ersten 20 Knives oder so, die ich unboxed habe. Oh, alte Aufnahmen noch von vor sechs Jahren, alter, krank. Der Quip musste pink sein, aber es hat mich dann auch einfach nerven, dass es nicht gleich aussieht. Und ja, mittlerweile habe ich ein paar hundert Franken in mir. Plötzlich musste mein ganzes Invertar voll mit farblich abgestimmten Skins sein. Er hat es baited natürlich, ne? Wenn du dann auf einmal anfängst, du hast dann so ein Knife in einer bestimmten Farbe, so mittlerweile, dann denkst du ja so, ja, vielleicht hole ich mir auch noch Handschuhe, die dazu passen, na, dann brauche ich aber auch noch eine... Ja, es ist halt... Wir müssen da einfach rumliegen und das beste Beispiel ist tatsächlich das erste Messer, wo ich rausgezogen habe, wo in den letzten drei Jahren sich den Wert freifacht hat. Zum Beispiel das erste Messer, das ich gewonnen habe, dessen Wert hat sich verdreifacht. Drei-Facht hat. Oder knapp zwei Jahre ist er jetzt schon fast. Aus dem Nichtrause. Plötzlich nachschauen, so, okay, jetzt kostet es... Einfach so eine Vorwahlkost, diesen Wert jetzt 350 Schweizer Franken und nicht mehr 80. 80, 10, 40... Hä, warte mal, das hat sich aber nicht verdreifacht, so ein bisschen mehrfacht, oder? Einfach plötzlich 350 Franken und nicht mehr 80 St. wie den, wo ich es aus der Kiste rausgezogen habe, oder? Also mir kann das fast so klein... Aber ein Messer, was sich vervierfacht hat? Ja gut, das sind wahrscheinlich doch die uralten Preise, aber ich... Vierfacht? Was hat der für naiv? Ja... Okay, okay. Ähm... CSGOSKIN können also eine Investition sein? Ach... Ah... Boah, er hat richtig ernst am Ende geguckt. Okay, ich muss sagen, äh... Fand ich sehr sympathisch den Dude, ja? Also Michael Briri, falls du das siehst... Grüße, Alter. Na? Ein Mann. Ein Mann vom, äh... vom Fach, würde man meinen. Ja, der hat auch ein bisschen was hinter sich. So, so, und dann kommen wir jetzt mal zum, äh, Beitrag. Oh, und sogar... Uh, ja, ja, ja. Ich hoffe, das Video genügt uns zu lang, Jungs. Beim Waffenhändler schnell eine Kalaschnikow kaufen, kein Problem. Der Skinmarkt im Taktik-Shooter-Counter-Strike-Global-Filmse-Boom seit Jahren und beschert Entwickler 12 Millionen Umsätze, so viel das CSGO zu einem Free-to-Play-Titel wurde. Ein Fluch und ein Segen, meine Damen und Herren. Grundsätzlich bringen kosmetische Gegenstände wie Waffenhandschuhe, Sticker oder virtuelle Bügelbilder. Bügelbilder? Keine Vorteile im Spiel. Trotzdem hat praktisch jeder Spieler in CSGO irgendeine spezielle Waffe, auch wenn diese vielleicht nur ein paar wenige Franken gekostet hat. Alles auf Rot. Die einfache Methode, zu seinem Traummesser oder einer M4A1S zu kommen, ja, aber warte mal, warte mal, das ist halt wieder auch so eine Sache, so, äh, Knife und der M4A1S, so, das ist ja standardmäßig drin, ne? Skins fehlt da. Sind die offizielle Waffenkisten, die der Spieler mit etwas Glück nach einem Match erhält. Ja, die Kiste allein bringt allerdings nichts, er braucht einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Dieser kostet 2,50 Franken. Gut, das weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, ne? In Euro sind es im Moment 2,20 Euro, richtet sich immer nach dem Dollarkurs auf 2,50 Euro. In den Kisten sind meist eine Handvoll Waffenskins. Mit etwas Glück erhält man ein Messer oder je nach Kiste einen Handschuh. Die Chance dafür liegt aber bei weniger als einem Prozent. Da hätte man tatsächlich auch mal richtig die Odds reinschreiben können, denn, äh, egal ob Handschuhe oder Knife, das sind Rare Special Items, liegen bei genau 0,25 Prozent, nicht mehr, nicht weniger, und, äh, Red Items liegen bei einem Prozent. Also, die Odds sind mittlerweile offen, weil der asiatische Markt das gefordert hat vom Gelben, und, ja, das ist genau so diese Average. Zeig mir deine AWP. Die momentan teuersten Waffen, Waffe ist ein Survival-Messer für 1,750 Pfizer-Franken, was, deine teuerste Waffe ist ein Survival-Knife? Für 1,750 Schweizer-Franken. Aber auch die AWP The Prince gibt es für 1,600 Euro auf seinem Steam-Markt. Hä? Ähm, ne, das ist falsch. Survival-Knives sind die neuen Knives, ja, äh, zusammen mit den drei anderen, mit, äh, Skeleton, mit, äh, Paracord und mit Nomad. Aber, ähm, 1,750 Franken ist nicht das, äh, teuerste Knife. Wenn wir mal gucken, Crimson Webs, äh, oder, äh, KSR und Blue Gems, Crimson Webs, FN, äh, StatTrak oder so, wenn du da ein neues ziehen würdest, da liegen die Preise im fünfstelligen Bereich, ja. Äh, die gehen also bis in den mittelständigen, fünfstelligen Bereich, also, das ist, äh, Bullshit. Ja, und Steam-Markt, äh, da guckt man lieber nicht nach, ja. Es gibt externe Marktplätze, wo du Skins für Echtgeld kaufen und verkaufen kannst. Das würde niemand für so einen Preis, außer jetzt so casual PP-Gas, die nichts checken, im Steam-Markt verkaufen oder reinstellen, ja. Das macht gar keinen Sinn, ja. Vor allem im Steam-Markt, du kriegst ja den, den Betrag kannst du nicht auf Konto überweisen lassen. Das bleibt auf dem Steam-Markt, kannst dir höchstens Games kaufen oder noch mehr Keys oder Cases oder wie auch immer. Das macht keiner, der in Skins investiert oder eben Profit rausschlagen möchte, ja. Wie gesagt, ich, äh, mein Partner-Shop ist Skimbay, ansässig in Deutschland, da verkaufe ich und kaufe ich Skins im Moment. Zahlst du nur 5% Gebühren, aber kannst dir halt auscashen lassen auf dein Konto und, äh, oder in Kryptowährung oder wie auch immer. Ist in der Beschreibung verlinkt, checkt das gerne ab. Ausschlaggebend für den Preis ist vor allem die Rarität der Waffe, ja. So wurde ein extrem rare Scharfschützengewehr, die AWP Dranglore, auf einer inoffiziellen Tauschplattform für 60.000 Dollar verkauft. Bei solchen Preisen wundert es nicht, dass es professionelle Skintrader gibt, die vom Tausch mit Waffen leben. Dragon Law, Souvenir, FN im Moment, also die war früher in Average bei 30k, dürfte jetzt auch gestiegen sein. Ob die jetzt bei 60k sind, weiß ich nicht. Aber das Problem ist halt da auch wieder, es gibt immer wieder irgendwelche Leute, die Skins für einen extrem hohen Wert kaufen. Das muss aber noch lange nicht heißen, dass es Average ist. Das liegt dann vielleicht an bestimmten Sticker-Positions oder wenn die einen Spieler, äh, einen bestimmten Spieler oder so feiern und wenn die einfach zu viel Geld haben, dann kaufen die das dafür. Bedeutet aber nicht, dass jetzt jede Dragon Law Souvenir in FN auch wirklich 60.000 Dollar wert ist. Ja, vielleicht sind da irgendwelche Teams drauf, die man nicht mag oder, äh, ein bestimmter Typ drauf, den man jetzt nicht so abhaben kann oder wie auch immer, der jetzt nicht so gefragt ist. Und dann kostet die auch nicht so viel. Ja, da muss man immer aufpassen, ähm, dass man nicht denkt, dass die dann immer so einen Wert haben. Ähm, der Handel mit Skins ist für die Entwickler, warte mal, kann ich das groß machen? Ja, der Handel mit Skins ist für die Entwickler ein Millionengeschäft, ja, ja, ähm, das Messer hier kostet 380 Franken. Äh, das ist ein Crimson Web M9, sieht mir nach absolut FT aus, also MW bezweifle ich sehr, sehr stark. 380 Franken ist zu teuer, das kriegst du schon für 160, äh, zwei Webs auf der Backside, Frontside weiß ich jetzt nicht. Kannst ein bisschen Overpay bekommen, vielleicht fast MW float, ja, ein bisschen Overprice auf jeden Fall. Äh, ich glaub, die gehen echt immer nach dem Steam Market Price, äh, ist aber ein bisschen schwierig, ne, äh, da nachzugehen, würde ich meinen. Aber gut, ähm, so, das ist ein Skeleton, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich Top 20 Blue Gem Pattern, äh, nice. Frage ist, ob das auch wirklich unboxed wurde, aber kann gut sein, ja. Ähm, so, dann haben wir hier The Prince, äh, Kostenpunkt 1600 Franken. Das ist zum Beispiel auch die Sache, da steht halt nie dabei, was für eine Floaty haben oder ebenfalls die Condition. Ähm, 1600 Franken, das wäre im Moment, äh, nach diesem Datum eine MW, ja, eine FN kriegst du dafür schon gar nicht mehr. Ein virtuelles Messer gehört aber immer noch zum teuersten, was man kaufen kann. Hier ein Bio-Nette, hä, 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 okay, Doppler Factory New für 1900 Franken. Ja, das ist ein Sapphire, ja, das kommt sogar hin, ähm, 14.000, das sind, äh, 1800 Euro, ja, mhm. Okay, da ist aber gut recherchiert worden, tatsächlich, ja, es ist, äh, ordentlich. Äh, was, bei Rocket League kann man sein Auto verschönern? Ähm, äh, äh, was hat das jetzt, äh, mit CSGO-Skins zu tun? Äh, äh, wer in PUBG ein Schulmädchen spielen möchte, okay. Ja gut, da haben sie auch noch mal ein paar andere Skins. Aber, äh, zurück zu Counter-Strike. Ah, und der AWP, wer eine Souvenir, Dragon Law Factory New zusammen haben möchte, der sollte sein Auto verkaufen. Die Dragon Law kostet 6.000 Franken. Ja gut, ich mein, das wär aber auch schon ein teures Auto, ne? Die gehen ja, hey, Schweizer, die gehen davon aus, Jungs, dass, äh, alle, äh, so ein teures Auto fahren, ne? Ja, äh, gefällt mir. Aber wie gesagt, ist halt, äh, fraglich, ob es dann noch wirklich das ist. Und, äh, das hier ist kein Souvenir, zumindest sind da keine Sticker drauf. Wenn die abgescratcht sind, ist die sowieso schon mal weniger wert. Wer risikofreudig ist, kann seine erspielten oder erkauften Skins auch als Währung einsetzen. Ein Klüschspiel mit Skins boomt seit Jahren und virtuelle Casinos locken Tausende. Ja, wie gesagt, Jungs, Daddy Skins und auch Dead Drop Link, äh, auch wenn die mir immer nicht zurückgeschrieben hat, in der Beschreibung, 7% der Pausebonus, 5%, gönnt euch, auch beim Roulette. Und, CSGO Empire, ja, Code Biba. Bei CSGO Empire übrigens, äh, könnt ihr eine Free Dragon Law Case öffnen. Mit dem Code Biba. Ja, checkt die Beschreibung. Bei Spielwerten oder beim klassischen Schere, Stein, Papier, nicht selten werden Skins im Wert von über 1.000 Franken verspielt. Wie ein richtiges Casino macht dieses bei jeder Transaktion Gewinn. Das stimmt. Valve ist kein Fan dieser Online-Casinos und hat die AGB schon mehrfach angepasst. Vielleicht auch deshalb, weil man damit kein Geld verdient. Okay, was meint ihr, dass man kein Geld verdient? Also die Casinos verdienen Geld, aber Valve verdient damit kein Geld. Ja, das ist natürlich scheiße, ne? Das Milliardengeschäft, es gibt keine offiziellen Zahlen, aber mit dem Steam Market verdient Valve alleine mit CSGO Milliarden. Warum auch immer die Leute da immer noch verkaufen. Gut, kleine Sachen sage ich nichts, aber bei den großen Sachen, Alter. Ja, so kann man seinen geliebten Skin auf dieser Plattform kaufen oder seine neu erspielte Waffe verkaufen. Das Geld bekommen die Verkäufer nach der Transaktion auf ihr Konto gutgeschrieben. Welt verdient bei jedem Verkauf einen kleinen Prozentsatz mit. Das ist kein kleiner Prozentsatz, das sind einfach fucking 15 Prozent. Es ist einfach huge. Es ist insane, es ist zu viel. Und du kannst es nicht auscashen auf dein Konto, das ist Bullshit. Ich kann ja mal ganz kurz zum Beispiel hier auf Skin Bay gehen, gehst da einfach mal hier ein. Hier, Butterfly, das habe ich heute danach gesucht, ja? Da kannst du dir das viel günstiger kaufen. Normalerweise im Steam Market Price, der Artikel hätte es geschrieben für 600 Euro. Vielleicht gibt es du, die kaufen das im Steam Market für 600 Euro. Das ist Bullshit. Hier kriegst du das vor 20, ja? 30 Prozent reduziert. Kaufst du dir ein und hast da dementsprechend deine Freude. Beziehungsweise kannst du es dann halten, verkaufst du, wenn es angestiegen ist, dort wieder. Und zahlst halt nur 5 Prozent Gebühren. Also, keine Ahnung, Steam Market lost. Skin Bay, wie gesagt, ist in der Beschreibung verlinkt. Ich krieg da auch Affiliate. Check das mal ab. Ich weiß nicht, wie man immer noch im Steam Market verkaufen kann. Oder Konkurrenzplattformen, die 15 Prozent Gebühren nehmen. Schwachsinn. CSGO ist kein Einzelfall. Der Handel mit virtuellen Gegenständen ist kein Phänomen, das ausschließlich bei CSGO auftritt. Auch in anderen Spielen wird getradet. Wie wäre es mit einem Schulmädchenaufbau für 1.800 Franken beim Battle Royale-Shooter PUBG? Warte mal, PUBG haben die nicht? Haben die nicht Trading geclosed? Oder ist das wieder offen? Oder weise Räder für dein Lieblingsauto in Rocket League? Gut, Rocket League kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich weiß gar nicht, ob man da traden kann. Aber anscheinend, wenn du verkaufst. Oder kannst du es nur im Steam Market verkaufen? Ich weiß es nicht. Im Wert von 400 Franken. Es sind keine Grenzen gesetzt, außer denen im Portemonnaie. Okay, also solange das alles noch in CSGO möglich ist, extern zu traden und das alles nicht nur über den Steam Market zu machen, ist das immer eine feine Sache aus für Investitionen, wie der gute Herr hier auch gesagt hat. Ja, es war ein okayer Artikel. Ich fand den jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also Red Bull war viel, viel schlimmer. Also hier sind nicht so viele Fehler drin gewesen. Also Jungs, Shoutouts an das Schweizer Magazin. Shoutouts an den guten Michael Biri. Ja, grüß dich. Ja, sehr schön. Und danke schön für den Hinweis. Wenn ihr nochmal irgendwelche Artikel findet, lasst es mich gerne wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich gerne mit einem Kommentar und mit einer Bewertung wissen. Vielleicht habe ich auch irgendwo mal irgendeinen Fehler selbst drin gehabt. Ich bin auch nicht fehlerfrei, Jungs. Und damit bin ich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, alles in der Beschreibung verlinkt. Ob ihr eure Skins kaufen, verkaufen wollt oder auch wenn es um Gambling geht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.